Das hätten wir gleich. Sind wir mal gespannt, was der Boss noch von uns hält, wenn wir erstmal schön hochgepumpt sind und dann noch wirklich anfangen anzugreifen. Oh, oh, er geht hoch. Was heißt das? Bereit für den Minenangriff. Oh, oh. Das können wir allerdings verhindern, wenn wir ihn jetzt oft genug hauen. Also hauen wir einfach mal rein mit dem Retati. Keine Ahnung, ob er nutzt bei dem. Ja, er hat genutzt. Das bedeutet, jetzt dürfen wir besonders oft, bis er wieder dran ist. Also hauen wir ihn mal noch eine Zeit lang. Das war's schon. 800 Schaden gemacht und schon taucht er wieder unter. Ben nimmt Schaden und taucht unter. So weit waren wir dann. Klatsch. Okay, mach noch mal Retati. Schieben wir ihn noch weiter nach hinten. Zopp. Er darf erst gar nicht mehr in die Reihe kommen. Das ist unnötig. Es reicht doch, wenn wir andauernd an der Reihe sind, oder? Der macht doch ansonsten eh nur Aquashooter. Wer will schon Aquashooter? Was will ich mit Aquashooter? Bombs. Stört schon, du Sau. Klatsch. Vernichtend mit einem normalen Angriff. Ehrlich. Naja, das ging jetzt doch noch, würde ich sagen. Ja, da schaust du, ne? Da guckst du blöd. Warum ist Juna angezeigt? Boah, vier Megaphönixe. Hey, das ist geil. Das ist echt gut. Lullo sind deine Möpse noch größer geworden? Nein, ich bin gut. Gah. Ja, das Albed. Ist jeder okay? Ich bin sorry. Wir sind alle okay jetzt. Juna. Oh. Super full speed ahead. Das Albed. Das Albed. Was wollen wir von uns? Was haben wir mit Luca? Was haben wir mit dem Unifor? Oh, wait, they're mad they lost the tournament. Oh, wait, they're mad about Operation Miehen. I wonder, didn't Kamari's Klansman say something? About summoners disappearing? Hmm. Ah, so the Albeda behind that, those sandblastic grease monkeys. Hey, Waka, it's no use complaining about the Albed now, right? We'll protect Yuna from anyone, anywhere. It's that easy. That's all I need to know. Well, I guess so. You're right. Okay, wir haben das Illuminum durchquert. Und wir haben einen Speicherpunkt gefunden. Schön. Speicherpunkte mag ich irgendwie. Speicherpunkte sind schön. Das ist also Lady Yuna. Aha, verstehe. Ja, warum? Ich möchte noch miterleben, wie Lady Yuna die stille Zeit einläutet. Nur durch die Anwesenheit eines Mediums scheint die Furcht vor Sinn zu verfliegen. Ihr wurdet von den Albed überfallen, seid ihr auch wirklich nicht verletzt? Blablabla, blablabla, blablabla. Oh Gott. Wie schrecklich. Oh, Waka steht auch schon wieder hier rum. Wie kommt der hier hin? Wo muss ich hier landen? Ja. Lass mal sehen. Nee, ich lass doch bleiben. Na, Aron. Ich hatte mich gewundert, warum auf dieser Seite des Flusses keine Halsabschneider sind. Aber ehe ich mich versah, hatte ich schon von dem Typen dort schon tonnenweise Zeug gekauft. Ja, jetzt kaufst du doch tonnenweise Zeug. Was soll das? Verstehe ich auch nicht. Kiste, 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 Kiste. Was ist das für eine? Was bist du für eine Figur? Guado Salam ist ganz in der Nähe. Doch auf dem Weg sind viele Monster. Ich gebe euch den Rat, gut gewappnet zu sein, bevor ihr aufbrecht. Jetzt muss ich entscheiden, ob ich bei der Bürgerwehr weitermache oder nicht. Ich wollte die Sache im Abyssum mit jemandem bereden, aber ob das richtig ist? Abyssum? Hm. Okay. Dann ziehen wir eben hier weiter. Tja, was ist das? Da ist ein roter Haufen. Hallo, roter Haufen. Ein Arsch. Hallo? Arsch. Alex? Ach nein. Hi. Hi. Ich dachte, ich bin fertig. Ich dachte, ich bin fertig. Ich dachte, ich bin fertig. Riku. Du bist Riku. Hey! Du bist okay? Wie bist du? Hm? Sure, you know. You big meanie. W-Wait! But you attacked us! Nuh-uh. It's not exactly what you think. Yo! Brandy yours. Uh, you could say that. Pleased to meet ya. I'm Riku. Yuna? Lulu? I told you about her, remember? She was the one who helped me before I was washed up on Besaid. She's in our bed. Wow, so you like all your life. What luck meeting here, huh? Praise be to Yevon. So, uh, Riku, look a little beat up. You okay? Uh, Wakka. Huh? What? There's something we need to discuss. Oh, go ahead. Girls only. Boys, please wait over there. Right. Sorry, Wakka. Huh? What? Ah! Den Film würde ich gerne sehen. Übrigens weiß schon, jemand meinte, Meek, Riku ist doch erst 15, du perverse Sau! Sir Oren? Inspira ist 14 legal, also, keine Angst, alles okay. Ich würde Riku gerne sein, mein Garten zu sein. Schau mir dein Gesicht. Huh? Schau mir an. Oh, okay. Öffne deine Augen. Wie ich dachte. Um... No good? Are you certain? A hundred percent. So, anyway... Can I...? If Yuna wishes it. Yes, I do. Riku's a good girl. She helped me a bunch. Mhm. Well, I'm for it. The more the merrier. Righto. Then I'll just have to be the merriest. It was strange. Even though Wakka had always hated the Albed. Riku, at your service. He never realized, Riku was one of them. Wackka is not the most. He is not the most. He is the most. That one actually has to say. Untertitelung des ZDF für funk, 2017